Einen wunderschönen Tag meine Damen und Herren, viel Spaß. Oh, nach diesem absolut beschissenen Intro wird das Video genauso beschissen. Vermutlich Nemesis, ey ja, ich meinte Wesker, Junge. Oh, ist der jetzt direkt hier? Ne, unter mir, ganz klar. Steven seine Lieblingsmap. Ey, wieso habe ich schlechtes Internet? Heute kein themenbasiertes Video, ich nehme einfach die Runde, keine Ahnung, was soll ich machen? Ich könnte ja wieder so tun, als würde ich dieses krasse Perkset spielen, das ist mir ein Mannian-LP. Oh, bitte. Aber ne, ich habe da irgendwie nicht so Lust drauf, dir zu sagen, ey, Leute, guck mal dieses Perkset an, das spiele ich immer noch. Och nein, diese Runde wird mich meine Geduld kosten. Scheint so, als wäre der Killer gar nicht mal so schlecht. Ich gehe den Bruder retten. Ja, 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 oder? Ja, ja, komm mal her. Okay, komm doch nicht her. Willst du nicht kommen? Du willst wirklich nicht kommen? Was soll ich machen? Er kämpft, ganz klar. Ah, langsam kriege ich keine Lust mehr auf das Spiel. Ah, ach Bruder. Also dieses Spiel, ich laufe nur herum und laufe weiter. Nein, doch. Wenn jetzt innerhalb der nächsten Minute kein Gen poppt. Lass dich los. Oha, warte mal. Wieso bist du oben? Er hat die Tür aufgemacht. Er hat die Tür aufgemacht. Renn lieber. Oh nein. Nein. Ich habe geleckt. Ich denke immer noch. Ich denke immer noch. Was ist los? Ich leck. Bruder, ich lecke. Wenn was warm ist. Ich kann nichts machen. Der will mich nicht. Doch, jetzt will er mich. Willst du mich haben? Da musst du es nur sagen. Ich bin einfach krass. Oh. Okay. Hier. Palette. Krasser Chess von Krabbeer. Bam in dein Gesicht. Zack. Flashlight. Ich gehe jetzt. Widerschauen und reingauen. Das wird er nicht checken. Also. Als hätte ich das bei der denn schon ein bisschen öfter gespielt, oder? Ihr wolltet schon immer mal wissen, wie man loopt. Dann schaut euch auf jeden Fall dieses Video an. Mein RTL. Ich wurde schon unzählige Male nach einem Looping Guide gefragt. Was genau ist Looping überhaupt? Erster Link unten in der Beschreibung. Als wäre ich der krasseste YouTuber, gell? Gell? Wer bist du? Michaela. By the way, wir haben den ersten Gen nach wie viel? Nach fünf Minuten Aufnahme. Ist der hier? Der ist hier, oder? Ja. Bye. Have a great time. Ciao, Kollege. Wirklich, also soll ich dir ein Hope to Chase Video zeigen? Okay, ich habe keinen. Steven, kannst du bitte eins machen? Ja, der geht gar nicht mehr auf mich. Was macht ihr? Sie hat der Tat. Okay. Oh. Habe ich hier? Ah, hier habe ich so ein Palette. Ach, komm, komm doch zu mir. Ach. Ja, okay, okay. Ich verstehe. Ich verstehe das Spiel langsam. Oh, er will auf mich. Ich weiß gar nicht, wie soll ich Gott stehen geblieben bin. Oh, oh. Oh, Bruder. Oh, nee, das wird mein Ende sein, aber ich konnte Zeit rausholen. Nope, nope. Die Zeit, die manche Leute einfach nicht aufbühen können, wenn sie dead by the dead spielen. Diese Palette könnte ich theoretisch kriegen. Ja, oder halt auch nicht. Ist okay. Ich könnte ja sagen, bis jetzt bin ich mit der Runde zufrieden. Ja, bin ich halt irgendwie. Ey, das war geisteskrank. Und dann kommt so eine Zarina um die Ecke, die sich denkt, ey, ich will mich grad impfen, während der mich... Ah, Bruder. Ey, ich mache es dir aus, Alter, Zarina. Deine Eltern sind Geschwister, Alter. Wieso spielst du dieses Spiel? Die Tat, Elutrix, by the way. Hab vergessen zu zitieren. Muss man in wissenschaftlichen Arbeiten auch immer machen. Die hat einfach aufgegeben. Ey, wirklich. Ich schwöre, deine Eltern sind Bruder und Schwester. Heil mich mal, bitte. Also, wirklich. War das was? Ja, das war's jetzt. Auf wen geht der? Ah, der ist nett. Oder auch nicht. Was macht der? Auf wen will er gehen? Der hat verstanden. Ich bin anderes Niveau als Michaela. Ey, warte. Nein, doch... Wieso auf mich? Ich will nicht, dass du auf mich gehst. Ey, ich will nicht, dass du... Ey, hallo. Anderes Niveau und so. Oh, war gar nicht mehr so schlecht. Ja. Ach, können wir aufhören? Ich will nicht mehr. Oh, oh, Bruder. Ciao. Oh, Alter. Was war das? Okay, der Bruder lässt mich in Ruhe. Ach, wir sind nur noch zu zweit. Vielleicht ist die Michaela ja auch. Krass. Das war's. Was wird das jetzt? Bruder, wieso weißt du, dass ich hier bin? Der geht weg. Der macht das extra. Ja, Bruder. Das war's jetzt. Keine Palette. Doch, da. Hör doch auf. Willst du lernen, wie man... Ja, Alter. Was ist das? Out to chase oder was? Ich will aber nicht. Ich will nicht mit dir spielen. Ich geh jetzt. So, ciao. Ich bin gar nicht mehr da. Junge. Üb mit jemand anderem. Ich will ein Video aufnehmen. Vergiss dich. Ey, können wir bitte das Video nicht so lang machen? Ich will nicht so viel schneiden. Ja, guck mal. Die üben da jetzt einfach nur. Out to chase oder was? 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 Bruder, was wird das jetzt? Ja, was machen wir? Ich hab keine Lust auf die Runde. Ja, ihr habt verstanden. Ja, geil. Hebe sie auf. Kill sie. Komm, bitte. Ja. Ja. Ach so, ich soll sie retten. Der trickst sie persönlich raus. Okay. Der hat genauso wenig Bock. Ja, komm. Wir gehen raus. Also, meine Damen und Herren, ich bedanke mich für diese absolut unnötige Runde. Wir hatten gar keinen Spaß, Alter. Eine komische Zarina, die Geschwister als Eltern hat. Ein Wesker, der mein Niveau respektiert. Ein mein, der sein, hä, was? Ein Gruppier, der sein Niveau respektiert. Ja, was soll ich sagen? Wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao. 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 Untertitelung. BR 2018